Zum Glück ist Freitag. Mit Fabian Obderegger. Ja, das war auch ein grosses Thema in dieser Woche. Machen wir es, dann haben wir es hinter uns. Die nationale Sexstudie. Durchgeführt bei 30'000 Schweizerinnen und Schweizer. Ex-Bachelor Wujo Gavric, das ist endlich mal ein Thema für dich. Ja, ich muss sagen, 30'000 ist ein bisschen zu viel. Niemand hat so viele Rosen. Aber okay, ich liebe gute Studien. Vor allem, wenn sie so exzellente, qualitativen, quantitativen Resultate liefern. Obwohl gerade bei diesem spezifischen Thema der Hawthorne-Effekt nicht zu vernachlässigen ist. Also ich sehe, da redet der Fachmann. Aber kommen wir zu den nackten Tatsachen. Der Durchschnittsmann hat in seinem Leben mit 7 Frauen Sex. Okay, in diesem Fall war ich ein richtiger Durchschnittsmann. Äh, letzte Nacht. Spannend. Die Zürcher, die haben offenbar am häufigsten One-Night-Stands. Ja, hallo, ich bin der Bischio. Wie gesagt, bringst du gerne eine nach Hause, oder? Bei diesen Hotelpreisen. Komm, bring sie nach Hause. 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 Danke vielmals, Baschi. Aber bei den Basler bleiben wir gerade noch. Weil die Basler haben am häufigsten einen Dreier. Roger Köppel, was sagt uns da? Kein Sex ist auch keine Lösung. Das sind Folgen vom Schweizer Hallebrand im 1986. Um was geht's? Viele Basler sind dort mit zu vielen Chemikalien in Kontakt gekommen, und haben darum oft mehr als zwei Arme. Darum fühlt sich jeder Zweier als Dreier an. Punkt. Äh, Köppel, find ich super. Äh, gerade ein Ticket dort hergekauft. Äh, Schweizer Halle. Äh, sagen, ist das in der Schweiz oder in der Halle? Das ist in Basel. Roger Federer, Sie sind ja auch aus der Gegend von Basel. Ja gut, das ist klar, Moner, auch von der Mathematik her, oder? Wenn du nur einen Zweier hast, dann kriegst du halt eben zwei Zwillinge, oder? Fakt ist auch, fast die Hälfte der Fremdgänger, die brauchen beim Seitensprung keinen Pariser. Ja. Können wir nicht gut finden, Nationalropastien Giraud. Ja, also, wir von den Grünen finden das schon gut, wenn man weniger Abfall produziert. Ich und meine Frau verhüten darum, ganz einfach, mit einer veganen und glutenfreien Ernährung sind die Spermien so schwach, dass sie nur noch kaum aus mir raus mögen. Ja. Danke vielmals für diesen Beitrag. Peach Weber, Sie haben noch gar nichts gesagt. Ich glaube, der Aargau wird in dieser Studie nicht explizit erwähnt. Ja, da muss ich sagen, das ist halt so, oder? Ich habe auch nichts dafür, oder? Aber wir haben natürlich beim Geschlechtsverkehr ein grosses Handicap, oder? Überall, jetzt Pilzli dran, jetzt Pilzli dran, ich hasse da, ich hasse da, überall! Zum Glück ist Kritik!